Willkommen zurück zu One My Vermittal 2. Ich war jetzt ein bisschen langsam, deswegen habt ihr ja nicht den Titelscreen gesehen. Wir machen wieder gerechtes Gefecht und mit dabei ist natürlich der Simon. Selbstverständlich. Der absolute Profi-Versager in diesem Spiel. Genau, und weil die letzte Runde gerechtes Gefecht ja fast ein Desaster geworden ist. Dann müssen wir es wiederholen. Genau, müssen wir es wiederholen. Und noch schlechter machen. Das Spiel meinte, ihr wart so schlecht. Bitte nochmal. Meiner. Hast du einen Stich jetzt? Ach Scheiße. Da haben wir einen Verlorenen. Also wir spielen mit einem Verlorenen, der gerade vergessen hat, sein 30er Talent auszusuchen. Aber sich extrem darauf gefreut hatte, dass es eins hat. Ja, die Freude über den Level 30 war so groß, dass ich einfach nicht ausgewählt habe. Das kann auch nur einem Profi wie mir passieren. Oh Mann. So, ich guck mal, ob es hier hinten irgendwie was cooles gibt. Jetzt bitte mal in fünf Sekunden nicht sterben oder so. Ich. Bei mir gibt's Heiltränke. Nee. Wieso dürfen wir fünf Sekunden nicht sterben? So, bleibst du kurz bei mir. Ich will den Assassinen, der da hinter dir gleich runterkommt, noch mitnehmen. Ja, wenn da... Der gegen Skibote gestorben ist. Okay. Das sieht man dann nur in seinem Video. Jaja, aber nur in der oberen Ecke. Das hättest du jetzt nicht erwähnen müssen. Ich hoffe, wir machen im Bondes Magnus mal wieder. Bei Regen. Das ist... Das ist so ne schöne Mission. Nur mit deinem Regen, ja. Ich weiß halt, was... Was ne volle Stimmung macht. Ich mag's gern, wenn's in echt regnet. Und ich mein Fenster aufmachen kann, weil die Insekten nicht fliegen können. Ja, und die Luftfeuchtigkeit dann auch, wenn 80% im Zimmer steigt. Hab ich auch sehr, sehr gerne. Alter, die ist bei mir grad bei 90. Also wird's nicht weiter schlimm. Gott. Du kannst doch da nicht mehr drin... Was war das? Das fand ich aber auch gut. Nein, 90%... Kommt doch einfach... Kommt doch einfach so, wie so ein Rennwagen vorbeigeschossen. Ja. Da vorne ist Kunst. Mal wieder. Meins. Ja, Kunst nehme ich immer mit. Und die Bombe lässt sich da. Bringt doch eigentlich gar nichts, wenn du alles hast, oder? Kunst? Ja. Doch, wenn du... Also... Irgendwie 30 Stück oder so pro Map musst du sammeln. Und dann kriegst du irgendwie Gemälde. Oder ja... Also es gibt unterschiedliche Anzahlen dafür. Die werden auch ein Heilungsbank, gell? Ich weiß, ich hab die markiert. Aber ich bin ja... So gut wie fast voll. Ja, es ist auch einfach ein schöner im Sprung zu schießen. Dann wackelt man nicht so mit dem Aim. Probleme einer Elfe. Äh, Elfe. Einer Elfe. Ja, ich weiß nicht. Das hat sich so eingebürgert. Ja, ich hab ja Herr der Ringe gesehen. Vor... einem Monat. Also vor kurzer Zeit. Weißt du, vier Stunden rum und dann so... Oh, was? Das war's schon? Ich... Ich hab selten so einen Spaß gehabt. Aber das Problem ist jetzt, ich kenn die Filme schon. und kann sie mir so schnell auch nicht nochmal ansehen. Ich dachte, ich könnte ihn in der Luft treffen. Ich hab grad fünfmal daneben gehauen. Wie peinlich ist das denn? Bei mir geht's die Runde eigentlich noch. Stirbt. Das war knapp. Stirbt auch. Und ich denk, wir können MG'n. Ich denk, da ist Gas. Ich denke, ich geh auf der anderen Seite hoch. Ah, noch nicht. Nur ein paar Sekunden müssen wir warten. Oh, ich hab nen Schlag abbekommen. Nein. Wie süß. Ja, der erste tut immer am meisten weh. Ich bin noch nicht gut in... Die Leute hier zu treffen, wenn die runterspringen. Die Bombe gebe ich natürlich dem Zwerg. Der hat schon von uns drei hier die Bomben reingeschaufelt bekommen. Und von mir nicht. Und der drückt sich grad in Zeichensprache aus. Ja. Ja, noch ne Bombe. Gibt's dir die wieder dem Zwerg? Der hat schon frei. Der kann ja auch nicht tragen. Der hat nicht so einen Bombenkürtel, wo immer wieder einen rauszieht. Das ist Chaos, Warrior! Und dann geht's. Nicht so wie in anderen Spielen. GTA. 25 Stück. Du stirbst. Ja, cool. Nein, falscher Trank. Sehen ihr mich? Nein! Ah, ich fahr grad. Den wir nicht wieder. Ja, danke. Das will ich. So. Ich meine, ja, natürlich komme ich hier. Mein Dank ist, glaub ich, voll untergegangen zum Zwerg. So, das ist eigentlich die Angriffsgeschwindigkeit, die ich gerne haben würde. Sag mich mal. Guerillian hat also ne Schwester. Ja, ich höre das Wort auch zum ersten Mal. Ich spiele eigentlich nie mit Sienna. Also nichts gegen Sienna oder so. Immer wenn wir hier zusammen sind, kommt entweder Victor oder Sienna mit dem Zwerg zusammen. Aha. Ah, ich wollte schon sagen, ich habe doch grad kein Dings bekommen. Da ist noch ein. Ich komme ans Kaffee. Aber ich habe das noch nicht so raus, wenn ich steche. Ob ich dann getroffen werden kann, weil ich habe das Gefühl, ich kann dabei getroffen werden. Aber meine Schilde werden halt durch. Komplett angezeigt. Ja, wenn du das nicht weißt. Danke, du hast mir wieder vollen Pfeilen. Ja, das war wieder eins von denen. Ich sehe dich nicht, weil du in mir stehst. Hier ist Kunst. Nämlich gerne. Sienna. Sienna bockt es nicht. Ey! Durch die Säule hat mich das gerade gebrochen. hab ich das pass sorry tut mir leid naja ich hab's ja gut weggeworfen alles oh shit ich bin ausgewiesen ja voll danke aber manchmal sieht man auch gar nicht von moderschlag kommt einfach alle auf einem fleck stehen ja das ist immer der grund warum das bei mir so ausgeht wie es ausgeht ich glaube ich bin der hochkarte ja ja die braucht man mal ein bisschen sehr schön sehr schön und hier bei heilungs kids sehr schön man geht das mal für die andere ja ja der liegt da normalerweise nicht hirnfurz okay aber ich war es wenigstens nicht schon ich hab sogar auch einen bekommen die haben ja irgendwie ähm 250 leben oder so die chaos wie viel habe ich noch mal 180 maximum mit 20 prozent und hier ist noch einer der müsste mitgenommen werden oh nein mein schöner heiltrank ich feier es wie ober feiert dass das tornado im weg was der zwerg ich hole ihn ich bin eh und ich auch du bist gerade runter gesprungen du trottel ich bin doch eh voll also auch im sinne von ich bin nochmal runtergefallen die runde zeigt man natürlich wieder von totaler kompetenz wie bei mir jede folge oh das war knapp glaube ich um das werk ähm muss nicht hochgehen ich in fünf sekunden mache ich das geht ans tor auf oder was naja ich kürze ab ja aber ich muss doch eh hoch oder unten komme ich doch nicht durch doch doch die kanone ist unser weg ich habe keine ahnung ich habe die mission erst zehnmal gespielt da kommt die kanone kannst du zünden da kommt die kanone da kommt die kann die kann kommt die kann die kann die kann die kann die kann der da oder na ich wie ich ja ja ich Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das eigentlich geht, dass ich die Heepertick machen. Komm her, schnucki. Kommst du zurück, bitte? Ja. Okay, einer hätte gereicht, wenn er einfach macht, aber... Was ist das? Was denn? Bei mir stand da, dass da einen geangelt hätte, aber er hat sich dann so weggeportet. Ah, dankeschön. Die Siennas Umhang flattert, das heißt, meiner flattert auch. Da ist Beute für euch. Jetzt hätte ich sie auch gehabt. Ich weiß nicht, woran das liegt mit dem flatternden Umhang. Ich kann es mir vorstellen, irgendwie bei GTA, dass es an der hohen FPS-Anzahl liegt. Eigentlich hätte ich auch eine Bombe werfen können, ich Idiot. Aber gut. Du hast den gar nicht an, gell? FPS-Anzahl? Nein. Warum schreiben die alle? Kommt her. Nein, oder? Nein. 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 Ja. Nein. 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 тrage Soll ich da durchgehen? Ach ne, geht ja gar nicht. Der Zwerg hätte mir dann mal die Heilung geben können. Ja, ja, der Zwerg wird dann das holen. Aber oben gibt's auch nochmal Heilung. Aber ich war überrascht, wie... ...was schnell wir vorhin die Festung Wachsenbrücke gemacht haben. Oh, ich kann direkt wieder Heilung holen. Ach, der Deal. Ich dachte mir irgendwas, Pistolen. Oh, ich mach Heilung, gäbe es noch. Ja, ich hab genug. Ja, ich könnte. Ein paar Zehn Leben sind in... ...Twanzesquotten oder so wieder da. Wer weiß. Ding Dong. Ich bleib jetzt einfach hier stehen. Blub. Ich hab grad Ding Dong gesagt und Bahnen hat's geschrieben. Vielleicht hast du noch Voice Chat an, Mensch. Ich guck mal, aber nö, eigentlich nicht. Wenn ich Sound... ...Sprachchat hab ich aus. Das wär so witzig, dann hören die dich die ganze Zeit, wenn du sprichst, weißt du. Ja, wenn die mich die ganze Zeit hören. Ich hab euch lieb, Leute. Das war jetzt ganz jütlich. Ja, ja. Okay, bei mir ist er einfach verschwunden. Na, bei mir ist er gestorben und dann verschwunden. Ja, ja, das auch, aber... ...zur Blub weg war's. Oh, guck, siehst du das da oben? Was ist da? Die hängen bei mir da einfach in der Luft. Bei mir hängt da gar nichts. Bei mir fallen die grad alle runter. Das ist kein normaler Schlaf. Schau raus! Gott, das ist mir, yo! Aua! Komm her, Zwerg! Zwerg! Warum? Ich hatte noch eine Bombe. Ich nutze eh nicht. Kannst du auch selber benutzen. Ich werfe die Bombe. Okay, dann, ja. Ist auch in Ordnung. Kannst auch ein Zwerg geben. Das wandert die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, ich würde danach echt mal das Spiel neu starten. Wenn wir jetzt den Bug haben. Bei mir sind es keine Gegner. Ja. Mau. Ich wollte sagen... Mau. Ja, das ist echt mau. Guck mal, ich habe ihn gekillt. Das ist unser... Den Bug. Haben wir doch auch schon mal gehabt mit... Mit? Mit Paviano hatte ich denn mal, dass... Irgendein Boss, ähm... Nicht... Von Dings kommt. Von der Schüssel runter, so nach dem Motto. Der hat erstmal eine Minute gebraucht, bis er... sich bewegt hat. Was? Tainted flame on that wind. Warp fire! Ich habe gerade mal noch ein paar Ratten hier oben. Don't see the light. Welches light? Also welches Licht? Vom Hammer. Was für ein Hammer? Ja, von Sigma. Der fängt an zu leuchten und dann... Mach's boom. Und alle Gegner sind tot. Nein! Boah, das war... Ich hab auch den Zwerg wieder gezeigt. Oh, okay. Ah, jetzt geht's los. Alter, ich bin fast. Alter, das mit dem Nasekribbeln ist heute aber echt schlimm. Ich hätte es noch nicht angesprochen. So, ich kann mal wieder zurück. So leicht. Sinnig bin ich dann auch nicht. So, ein paar Sekunden noch, dann geht's los. Ja, jetzt ist's zu Ende. Noch mal schön Kills abstauben. Es war so klar. Du hast eine schöne Wunder gemacht. Mach doch, ob ich wieder auf der Spitze. Nee, diesmal nicht. Oh, ich wäre fast daneben. Sehr gut. Auf der Treppe. Ja, weil ich währenddessen einen schönen Danke ausgewählt habe. Oh Mann. So. Wo ist das? Links, Mitte, rechts? Bitte was? Mein Level 30 Talent. Ah, das weiß ich gar nicht. Ich musste gucken. Wenn es heißt, dass du noch einen Stich bekommst. Der Stich ist geil. Noch eine Imperators Chest. Und damit verabschiede ich mich. Ich mich auch. Ich habe dich. Ja. Begil하 Baltz. Die輪flictrik. Dann gehen 10 Uhr. Und dann gepl Shop.